Das war doch bestimmt da. Das ist doch bestimmt Bonusraum, oder? Kommt man denn da hin? Geht das übers Jump Pad vielleicht? Höh! Höh! Oh Gott! Komm ich hier durch? Oh, cool! Yeah, Secret gefunden! Yeah! Survival! So! Was? Gern doch! Deine Indie-Streams finde ich geil! Oh, vielen lieben Dank! Dankeschön! Das ist voll lieb! Das freut mich zu hören! Dass ihr immer Spaß dabei habt zu gucken und so! Das freut mich echt zu hören! So! Ja, ich muss ja auch mal so ein AAA-Titel spielen! Ich mag auch sehr gerne Indie-Games! Es kommt ja bald wieder, wie gesagt, ich muss ja auch bald wieder Adams Venture natürlich auch aufnehmen! Und, ähm... Da muss ich auch wieder weiter rätseln! Jetzt muss ich mal schauen, wie komisch dann... So, wir haben alles voll! So wie ich auch! So! Ähm... Jetzt habe ich total vergessen, wo ich auch hin muss! Das macht natürlich Sinn! Ich bin ja schon bei Indie-Games am Verzweifeln, aber wenn ich dann so ein AAA-Titel spiele... So! Ich unterbläte... Ich unterbläte... Der Opa geht dann schon wieder! Ja, früher... Früher war alles besser! Früher war alles besser! So, ja... Früher war alles besser! Doom war besser früher! Ja, Doom war besser! Ich weiß doch, wie ich dumm gespielt habe... Äh, 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 äh... So! Aber warte mal, der Wegpunkt... Ach nee, der Wegpunkt war oben an der Tür, ne? Ah Mann, hier gibt es ja noch so viele Sachen, wo ich noch hin möchte! Oder wo ich Angst habe, was zu verpassen! Hm! Dieses Geklimper immer im Hintergrund! Ding, 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 ding! Da war es wieder! Ding, 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 ding! Okay, da komme ich nicht rauf! Aber da waren wir jetzt überall schon gewesen, ne? Oder irre ich mich hier? Nun, Vorsicht, zahlbar mal gucken! Da, warte mal, da geht es auch noch hin! Ist da was Besonderes? Hier ist nur Rüstung, haben wir ja voll! Da drüben! Kommen wir da drüben irgendwie hin? Oh Gott! Da waren wir schon! Nicht ins Feuer laufen, das kann ich ja gut, habe ich ja eindrucksvoll bewiesen! Sterbe ich hier dran? Oh, es ist warm! Oh, schön warm! So! Gucken wir mal, wo müssen wir denn... Ach, guck mal an! Na gut, brauche ich nichts von, habe ich alles... Ein bisschen Schrotflinten-Munition wäre gar nicht mehr so verkehrt! Wir haben nur 11 von 20! Und wir können mal eben, wenn ich gerade schon einmal hier bin... Ach, guck mal an, wir können... Ja, 9 Punkte! 9! Das heißt, wir können hier ordentlich kaufen... Na ja, ordentlich geht so, weil die Preise ja voll überwuchert sind hier. So, bewege dich mit voller Geschwindigkeit, wenn du hereingezoomt hast. Ja, klingt super! Was haben wir noch? Die Pistole habe ich gar nicht gelevelt, großartig! Die ist so irgendwie im Vergessen geraten, genau wie die Super-Schrotflinte. Aber ich könnte eigentlich normalerweise die normale Schrotflinte mal gucken. Was können wir denn hier... Ach, siehste, die Meisterschaftsherausforderung müssen wir noch machen. Ansonsten die aufgeladenen Salven. Ach, guck mal an, hier! Reduziert die Nachladezeit zwischen den Salven. Kaufen wir... Reduziert die Aufladezeit zwischen den geladenen Salven. Kaufen wir... Haben wir nur noch ein Pünktchen. Da brauchen wir drei. Da können wir noch nicht wechseln. Chaingun, huch! Chaingun ging auch noch nicht. Hier haben wir auch drei Pünktchen. Das heißt, wir können hier auch wieder ordentlich was verbessern. Was haben wir hier? Umweltwiderstand. Explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Boah, wie geil! Komplette Ansicht. Erkundungsgegenstände tauchen automatisch auf der Automap auf. Ausrüstungssysteme. Erhöht die Anzahl der Ladungen bei Ausrüstungen. Danach kommt noch weitere verkürzte Nachladezeit für Ausrüstung. Und erhöht die Zeit, die ein Verstärker aktiv bleibt. Verstärker sind doch, glaube ich, diese Effekte, die man bekommt. Wie Berserker und sowas, ne? Kann ich mir denken. Was würde denn hier kommen? Also, du wechselst Waffen schneller. Du greifst schneller Vorsprung. Und du wechselst Waffen-Mod schneller. Also, ich weiß nicht. Halt von Geschicklichkeit. Halt dich nicht viel. Ich glaube, ich werde das mit den Explosivfässern nehmen. Das ist gar nicht mehr... Weil es stehen so viele Fässer immer rum. Und ich weiß ganz genau, dass ich davon zwischendurch immer getroffen werde. Durch die Bewegung auch alleine. Deswegen nehme ich das jetzt mal. So. Also, müssen wir definitiv jetzt erstmal zurück wieder zu der Tür. Ich versuche mal das Jumppad jetzt irgendwie. Das wäre doch mal ein geiler Fahrstuhl, oder? Welchen Stück möchten Sie in den dritten? Okay. Begesser. Ja, ja. Interessiert mich gerade nicht. Halt den Bambel. Mein Gott, kann der mal den Rand halten? Der nervt ein bisschen, ne? Habe ich schon erwähnt, dass er mir ein bisschen auf den Sack geht? Aha, tolle Tür. Vor allem sieht es hier sehr, sehr beruhigend aus. Ich merke das nur mal an, ne? Ich weiß ja. Okay, zurück geht es jetzt nicht mehr schön. Ähm. Es ist... Es ist Freddy Krüger! Freddy! Huch. Dämonischer Vorstoß. Freddy, der Vorstoß, oder was? Äh, wieso zwei? Da war doch nur einer gerade. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Freddy! Yeah! Wow, wow, Fred! Come to bed! La, 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 la! Wow, wow! Fred! Du hast doch was im Auge! Yeah! Aua, lass das! Ach was, schon wieder Fred? Manfred! Manfred, lass das! Das gibt's doch nicht. Alter, wir sind... Oh Gott! Oh Gott, Hilfe! 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 Lass das! Lass das! Aua! Der kann aber gut rammen, ne? Rammler-Fred, kann man den auch nennen. Wow, wow, Fred! Come to bed! Aua, lass das! Du hast keine Arme! Du bist ja ganz schön arm! Den Witz musste ich prägen, entschuldige bitte. So. Fred! Come to bed! Ich glaube, ich werde mal hier die und die Chaingun nehmen. Das ist, glaube ich, mal eine gute Wahl. Ich bin so sparsam mit den Klamotten. Und ich habe schon wieder vergessen, Granaten zu werfen. Ich weiß es. Ich sehe jetzt schon wieder die YouTube-Kommentare und so. Zombie-Pokémon, was? Ja, ein bisschen heilen ist immer gut. So. Versiegelt. Wieder ein Kodex-Eintrag. Da haben wir die Automap wieder zum Aktualisieren. Na! Gibt es hier noch irgendwie einen Bonusraum oder sowas? Mal eben schauen. Fred, ich bin dick, 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 dick. Mein lieber Fred, du bist so dick. Du bist so cool und bist so schick. La, 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 la. Du bist jeden Tag immer dick, dick, dicker. Ah, ne. Ich habe dich lieb, lieb, lieb. Irgendwie so ging das Lied. Ich weiß es nicht mehr. Mein kleiner Fred, du bist so dick. Ey, guck mal. Rammlerfred. Hätte ich ohne ihn jetzt, glaube ich, nicht rausgefunden. Wow, Alter, was? Ich dachte, einer. Natürlich. Ja! Survival! Ja, vierfach Schaden. Wer will noch mal. Wer hat noch nicht? Yeah. Du hast da was im Gesicht. Das war meine Faust. Wow. Revenant. Platzt. Du hast da was im Gesicht. Das war mein Fuß. Hö! Geh weg. Hör auf. Hör auf. Hör auf, habe ich gesagt. Hör auf, rumzuspringen. Dein Jetpack ist kaputt, wollte ich nur mal erwähnt haben. So, warte mal, habe ich denn noch, äh, ja, habe ich. Ja, habe ich. Sehr schön. Ich glaube, unten war noch Fred am rumlaufen, ne? Kann das sein? Oder habe ich mich da gerade verhört? Ach, jetzt sind wir hier. Mhm. Komisch, dass dieser Dämon auch unsere Schlüsselkarte hat. Ich weiß, dass wir oben lang müssen. Ich gucke trotzdem noch mal unten. Nicht, dass wir irgendwas versäumt haben hier. Ach, guck mal an, siehst du da? Gut, dass wir hier lang gelaufen sind. So, wieder volle Munition. Äh, apropos Munition. Ich wollte mal gucken, was die Runen sagen. Ich gehe noch mal eben kurz hier in Sicherheit. Ähm, was sagen denn die Runen? Ach, guck mal, das haben wir schon fast fertig mit den Munitions... Entschuldigung, ich muss hier kurz ein Bäuerchen machen. Ähm, die Munitionsgegenstände. Benutze 30 Ausrüstungsgegenstände. Dreimal habe ich bisher die Granate geworfen. Ey, das ist so... Boah, ich muss unbedingt gucken, dass ich gleich die Granate mal werfe. Ehrlich. Ich vergesse das immer. Was eigentlich, wenn ich jetzt werfe? Ach, das zählt dazu. Achso, also brauche ich zwischendurch nur eine Granate werfen. Ja gut, dann kann ich das ja zwischendurch machen. Könnte man eigentlich hier rumstehen und die ganze Zeit einfach nur eine Granate werfen? Aber das machen wir ja nicht. Das machen wir ja nicht. Nein, das machen wir nicht. Nein, sowas machen wir nicht. So. Ähm... Huch! Äh... Oh Gott. Ach du wieder. Dein Optiker hat immer noch angerufen. Du sollst mal vorbeikommen. So. Aua, lass das. Sag mal. Hat dir keiner Beten beigebracht? Sag mal, Revenant. Revenant, Revenant. Revenant hat immer alles verpennt. Revenant, Revenant, Revenant. Sag mal. Jetzt komm mal. Nein, lass mich. Hier. Optiker. Du hast den grauen Starr. So. War es das jetzt? Meine Güte. Ich fall da immer in das Loch rein. Er hat Loch gewagt. So. Ähm... Aber ich wollte eigentlich hier wieder drauf. Granatwerfer und... Jetzt kommen die wieder. Natürlich. Na klar. Na klar. Wo sind die? Wo sind die? Höh. Oh, Gisela kommt. Gisela. Hey. Da fehlt dir ein Zahn. Du hast es, glaube ich, im Auge. Ich glaube, du sollst auch mal zum Optiker. Gisela, ich habe gleich Zeit für dich zum Schmusen. Jetzt nicht. Da musst du dich noch ein bisschen gedulden. Ich muss mich noch um Fred kümmern. Um Ramlafred. So. Jetzt bist du dran. Immer einen nach dem anderen, ne? Gisela, du weißt. Ich bin nicht so stürmisch wie du. Du bist eine echt tolle Frau. Das weißt du genau. Aber eins finde ich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie es dir sagen soll. Du willst immer nur... Immer nur mit mir. Du willst immer nur... Immer nur mit mir. So. Wir beide sind ein liebes Paar. Das mit uns ist wunderbar. Aber eins finde ich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie es dir sagen soll. Du willst immer nur... Immer nur mit mir. Ich spreche es jetzt natürlich nicht aus. In Sicherheit und Färmung werden höchst instabile Altefakte untersucht und empfindliche Experimente durchgeführt. Ihre Sicherheit in diesen Bereichen kann nicht gewährleistet werden. Hm. Da... Nein, bleib hier! Hö! Wieso haut der ab? Ich hoffe, der bleibt da oben. Ich glaube, wir müssen es merken, dass da oben die Dings... Was? Oh nein. So. Moment. Äh, was? Wie lange machst du heute? Ähm, ich glaube nicht mehr so lange. Ich glaube nicht mehr so lange. So. Hö! Fred! Komm du, Beat! Zu meinem Beat! Fred, komm zu meinem Beat! Fred, du hast was... Okay. Wow! Ich sehe nichts. Hilfe! Ich schieße blaue Kügelchen! Piu, piu! Piu, piu! Piu, piu! Äh. Piu, piu, Fred! Piu, piu! Piu, piu! Ich glaube, deine Kehle blutet. Ich habe gleich wenig Munition. Und wenig Leben. Oh nein! Natürlich willst du mich verarschen! Jetzt kommt auch noch der! Natürlich! Das gibt es doch nicht. Jetzt kommt auch noch der Ochse. Hö! Hö! Ich muss weg hier! Nein, das war es. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Pixelbassi. Ich grüße dich. Willkommen zum Let's Play Live Show. Und zum neuen Let's Play von du. Oh mein Gott. Oh. Mein. Fucking. Gott. Wisst ihr was? Wir machen... Ich glaube, wir machen hier eine... Ich glaube, wir machen hier eine Aufnahmepause. Wir sehen uns hier... Hui! Wir sehen uns hier in einer weiteren Folge wieder bei YouTube. Und, ähm... Ja, wir im Stream quatschen jetzt noch ein bisschen. Und du auf YouTube. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao! Johann... � messEN... Philipp sounds... F0-5mm.... Die Zeit.